One World Basketball ist ein Freizeitangebot für Geflüchtete und Berliner, einfach ein Ort, wo man zusammenkommen kann, sich unterhalten kann und einfach auch Sport machen kann, weil das ist der einfachste Weg, um es miteinander zu finden. One World, weil die Nationalitäten am Ende des Tages bei uns auch keine Rolle spielen. Jeder ist willkommen, jeder soll Spaß haben, jeder soll sich kennenlernen. Jeden Freitagabend ist die Halle offen, da fragt keiner nach der Geschichte. Wir hatten Leute, die bei uns zum ersten Mal den Basketball in die Hand genommen haben, aber auch Leute, die zum Beispiel, wir waren mit den türischen Nationalspielern da, der früheren Season in der Sonalspieler gespielt hat, jetzt bei uns ist. Also wirklich per Beet, alles dabei. Ab 19.30 Uhr haben wir so ein bisschen zusammenkommen, ein bisschen quatschen, sich austauschen über die Woche und ab 20 Uhr geht dann das Training los. Da sind wir meistens so um die 30 Leute. Am meisten gefällt mir, dass wir wirklich nicht mehr so diesen Unterschied haben, Geflüchtete oder Locals, sondern für mich sind das alles meine Freunde. Ich bin mit One World Basketball seit einem Jahr, es gibt viel Spaß mit den Leuten hier in diesem Training. Nicht nur spielen, sondern auch Deutsch lernen, wenn ich sprechen zusammen und alles die gleiche Familie hier zusammen und alles was ich brauche. Ich denke, dass das eine gute Möglichkeit ist, um sich eben ab und zu mal auch aus diesen Strukturen ein bisschen rauszuflüchten. Gerade für die, die tatsächlich noch nicht lange hier sind, vielleicht sogar noch im Heimleben. Auf der anderen Seite geht es auch so ein bisschen um den Austausch. Also obwohl der Basketball im Vordergrund steht, sollen wir natürlich auch ein bisschen von deren Geschichten lernen. Das heißt, es ist nie ganz weg dieses Thema Flucht. Für manche fällt das vielleicht nicht ganz so leicht, sich Flucht und Asyl so schnell zu nähern und da irgendwo gleich mit reinzuspringen und zu sagen, hey, ich engagiere mich jetzt. Das ist natürlich eine gute Variante. Also sehr einfach. Ich bin hier in Berlin seit ein Jahren und ungefähr sechs Monaten. Berlin ist sehr schön. Ich mag Berlin oder ich liebe Berlin. Also es ist eine wahnsinnig gute Stimmung und es macht wirklich Spaß. Wir spielen zwar auch in der Liga natürlich, der Freien Berlin Liga, aber der Spaß steht im Vordergrund und es sind so viele Leute mittlerweile hier, dass wir wahrscheinlich auch mal irgendwann ein zweites Training machen können. Geräusche